Ja moin und willkommen zu einer neuen Folge Warzone. Ich spiele in einer langen Zeit bei der Wiederauferstehung. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das kann, weil ich habe jetzt zu viel COD normal gespielt. Mir ist schon in der Aufwärmphase aufgefallen. Oh scheiße, das wollte ich gar nicht. Wir sind in der Aufwärmphase aufgefallen, dass ich einfach zu früh aufhöre zu schießen, weil ich die Rüstung nicht mit einberechne. Aber ich denke mir immer so, der muss jetzt tot sein. Ist er aber nicht. Habe ich gesehen. Was ist denn das? Erstmal Lande stecken. Werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch sehr oft vergessen. Na, Sorge mal. Nein. Oh, fuck. Was war das? Das war ja neulich. Oh ja, ich muss ja einen Timer überleben. Ah. Ah. Ach, die sind mir auch irgendwas ausgedacht, wie ich den überlebe. Hm. Ja. Und, tschüss. Er trampelt unter mir. Alter. Was ist denn hier jetzt los? Scheiße, ey. Ich kriege ihn nur auf den Arsch und die ganze Zeit, das bringt ja nichts. Ich glaube, das bin ich noch nie gefahren. Ich glaube, das bin ich noch nie gefahren. Ist eine super Idee. Ich habe nicht mal eine Waffe. Oh, perfekt. Alter, was? Ist ja meine Ausrüstung. Ausrüstung Nummer eins ist das. Na, ich könnte ein bisschen Munition gebrauchen. Hä? Und wo hat der auf mich geschossen? Alter, nervt er. Nee. Sollen die die ganze Zeit? Habe ich gerade? Nee. Ich dachte schon, ich habe jetzt hier meine täglichen Aufgaben abgeschlossen. Ohne das zu wollen. Hä? Ist er das? Ah, jetzt hat er die Fall... Ah, nee. Die andere Waffe ist ja schon maximal das Level. Oh, na, die ist natürlich noch geiler. Wollte sich gerade eine Spritze reinhämmern. Verlässung Nummer eins ist nicht. Oh, blühe du hinterher. Nein. Der Feind hat sein Netzwerk wieder gesichert. Es ist vorbei. Und die Anzeiten bereit halten für Wiedereinstieg. Hat er denn in der Ausrüstungslieferung? Ja, wenn ich da jetzt hingehe, ne? Ach. Rack. Ja, weiter so. Einen Revolver habe ich jetzt nur noch. Das ist ja noch beschissener. Erzeugt er mit einem Revolver, Junge. Fäumliche Drohne in der Luft. Jau. Und ich darf noch mal? Wie lange darf man denn noch wieder einsteigen? Steigen. Okay. Ja, ähm. Das ist doof, ne? Ja, ich gehe jetzt einfach an dieses Standardgebäude hier. Aufhören zu piepen. Er knackt irgendwann, als wenn so ein luftgekühlter Motor kalt wird. Also wenn er aus ist. Ich kann einfach hoffen, dass danach die Zone zu mir geht. Also hinter mir quasi. Ich versuche jetzt auch mal mich zu konzentrieren hier so ein bisschen. Ja, das ist wieder typisch. Ja, aber lief auch noch nicht so. Ich glaube, Worson muss ich erst mal wieder reinkommen. Dieses Mal. Wohne dir. Oh ja, was ist das? Genug trainiert. Jetzt stellen wir uns dem echten Fall. Ich will nicht angeguckt werden. Das ist doch mal eine hübsche Waffe. Hm. Wäre er hier so gestürzt, weil es am bittigsten ist. Es hat aber in dem Spiel nicht viel zu sagen. Habe ich mal gelernt. Ah, Mann. Das ist ein guter Sniper. Ich will keine Sniper. Ja, nehmen wir. Hallo. Ich bin auf jeden Fall schon viel entspannter, dass ich jetzt dieses Kit gleich am Anfang bekommen habe. Ich will wenigstens, wenn ich angeguckt werde. Jagd. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das ist ja wieder so ein Moment. Ich bin drauf. Denk, ja, der muss tot sein. Nee, ist nicht tot. Alter. Hoch hier, Schwimmensch, Kate. Oh, das sind auch ganz gute Waffen. Ganz besser. Echt jetzt? Das ist er bestimmt. Man sahen, dass ich eine Platte weniger drin hatte als er. Ne Schreut. Ne Stimmen. Oh, jetzt wird ge... Nee, nicht zweimal. Also ich bin jetzt hier runtergelascht. Und hab hier den Ritz, die Ritzel in der Tür entdeckt. Ist das nicht sogar der Türrahmen? War das gerade ein Schatten auf mir? Er müsste jetzt hier irgendwann mal vorbeikommen. Feinde landen im Einsatzgebiet. Wo hab ich das Kit überhaupt her? Ah! Will nicht angeguckt werden. Oh, es war so klar, diese Scheiß-Ecke. Mann! Deswegen fängt man irgendwann einfach nur an, sich an einer Stelle zu hocken und da zu bleiben. Man wird einfach alle machen. Wenn man hier umher rennt, dann kommt man halt irgendwann in eine Falle und dann... Ja, Ende. Habt ihr ja gerade gesehen. Und das ist das Beschissene an Warzone. Alle nur noch irgendwo rumstehen. Was? Hä? Was? Ecke. Hä? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich dachte, ja, dann geh halt weg. Und dann ist es gut. Ne. Was ist das? Er steht... Stehen und warten. Das ist das neue Call of Duty. Das ist so eine Scheiße. Nimm dir eine Waffe, hock dich in eine Ecke und warte, bis jemand vorbeikommt. Das ist der Name von dem Modus jetzt. Ein bisschen lang. Deswegen heißt er einfach nur Wiederauferstehung. Er sagt das gleiche aus, wenn man den Modus kennt. Ah, das normale Warzone ist ja auch ziemlich ähnlich, aber da muss man ja durch diese große Karte, meist große Karte sich wenigstens noch ein bisschen bewegen. Hier guckt man einfach, hier so, wo der Bereich ist. Da hocke ich mir erstmal in die Mitte und wenn es weitergeht, dann geht es weiter. Also, aber davor. Alter, wie viel Leben haben die? Das hat mich auch in Call of Duty gewundert, als ich mir das Spiel mal geholt hatte. Da habe ich einfach Deathmatch gespielt. Und ich habe mich mal gewundert, warum sterben die so schnell? Und es ist ja wirklich so, also die Rüstung hat ja gefühlt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ich glaube, mehr Leben als das normale Leben. Die Rüstung fängt ja so viel ab. Alter! Geil! Ein Türken. Jetzt ist es endgültig. Eine Soßflinte. Dachte er, ist dies gesetzt. Ist er gar nicht. Na komm rein. Oh, was? Ich dachte, er... Was? Ah, fuck. Ist das einfach Barangreifung? Oder was ist das für ein erster Buchstabe? Was ist das? Ist das kein Scharfschützengewehr hier? Alter, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das die ganze Zeit? Mit deiner scheiß Goldwaffe. Das jutzte Pay-to-Win-Prinzip hier. Ja. Die Lockwood. So eine dreckige Scheißwaffe. Okay, das ist geil. Vor allem hier hinten. Gibt es hier unten was? Ja. Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Eine Besucherattraktion. Die können sich hier selbst erordnen. Alter, hier war noch nicht mal jemand beim Shop. Schön. Das ist eine geile Sniper. Wer ist da? Ich bin halt echt immer noch... Oh, ich hab kein Geld. Stimmt ja. Ich will hier nichts ablenken. Ah, der sieht. Meint der mich? Bin ich der Camper jetzt? Na, dann knall mich doch weg. Oh, ich geh mal hier rüber gucken. Sehr gut. Kampf hier. Das heißt ja, ich kann hier sogar von hinten angegriffen werden. Oh. Ich hab ja kein Token. Das ist ja nun mal hier auch Call of Camping, ne? Deswegen muss ich jetzt hier auch eine Weile bleiben. Feindliche Drohne in diesem Sektor. Oh, der sieht mich doch noch. Ja, komm! Ja, komm!